Das ist so ziemlich das letzte Bund, das übrig geblieben ist. Es gab ja in Deutschland, vor allem im Süden, den ersten Schnee dieser Saison, der jetzt schnell wieder verschwinden wird. Wir schauen aber nach vorn. Ich grüße Sie damit auf Wetter.com und zwar die aktuellen 16-Tage-Trends. Und die sehen sehr, sehr mildes Wetter. Die letzten Oktobertage werden noch rau, vor allem im Westen mit Regen und am Dienstag auch mit einem satten Sturm. Und dann kehrt Ruhe im Karton ein. Hier für die Mitte West und die Mitte Ost die 16-Tage-Trends. Wir sehen erst einmal das Tal, aus dem wir rauskommen, dann einen Berg, kurz geht es wieder runter. Und dann haben wir einen langen Ritt, wieder einmal mit weit überdurchschnittlichen Temperaturen. Ein Wintereinbruch, ein nächster, ist auch weit und breit nicht in Sicht. Und ganz wenige Niederschlagsignale sehen wir unten. Das spricht für eine sehr stabile Wetterlage. Der Form halber schauen wir uns das auch für den Norden und den Süden an. Da haben wir ein ähnliches Bild, auch die weit überdurchschnittlichen Temperaturen. Es sind zwar so ein paar Zacken, die nach unten gehen, die schauen wir uns nämlich jetzt mal genauer an. Wir nennen sie einfach mal Fransen. Und wenn wir jetzt nur zum Beispiel für den Süden hier den 16-Tage-Trend mal in Augenschein nehmen und komplett groß machen und die Fransen etwas fetter, dann sind da immer wieder so ein paar Ausreißer, die nach unten gehen. Nicht für lange Zeit, aber kurz. Was steckt denn für eine Wetterlage dahinter? Grob kann man sagen, in den nächsten zwei Wochen haben wir folgende Wetterlage mit einem mächtigen Hoch über Osteuropa, das bis Mitteleuropa reicht. Ein Tief auf dem Atlantik Richtung Island. Und dann wären wir bodennah im Prinzip in einer schwachen Strömung und in der Höhe hätten wir eine Südströmung. Es würde mild bleiben, haben wir auch gesehen bei den 16-Tage-Trends. Es bleibt mild. Und die ersten Fransen, die runtergehen, das sind die bis zum 10. November, die zeigen, dass der Atlantik mal ein bisschen kurz mal reinschubst, das Hoch wegdrückt, dass mal kurz eine Front reinkommt mit ein bisschen Regen und kühleren Temperaturen, aber nichts Nachhaltiges. Dann wird das Hoch sich wieder dagegen blocken. Und die andere Sache, die ist interessant, die werden nämlich dann ab dem 11. November, ab St. Martin, so in der Gilde der Wetterkarten drin, was da immer wieder gerechnet wird. Das Hoch wird einfach weiter nach Norden gelupft. Hatten wir schon oft in diesem Jahr, ein Skandinavien-Hoch. Und unter dem Hoch würde dann so eine Art Kaltlufttropfen von Osten reinziehen mit kälteren Temperaturen. Das löst dann die Fransen nach unten aus. Dann würde es zumindest mal kurzzeitig deutlich kälter werden. Wir können also als Fazit erst einmal festhalten, bis Mitte des Monats wird es keinen nachhaltigen Wintereinbruch geben. Es geht mild weiter und auch die gesamte Wetterlage bleibt so, wie sie ist. Eine Änderung ist im Detail in sich. Das schauen wir uns aber in den nächsten Tagen an und gucken uns dann auch mal wieder den Polarwebel an. Bis dahin. Bis dahin.